Hallo zu einem brandneuen 9. Dezember 2010 Adventskalender Video. Heute gibt es ein altes Video von dieser tollen Festplatte hier. Hier ist nämlich ein, ähm, hier war ein Video von mir drauf, was ich 2005 gedreht hab, auf der Klassenweise glaub ich war das. Und, äh, da sieht man so, wie ich das erste Mal mit Kameraschnittprogramm und Zaubertricks arbeite. Schaut es euch jetzt einfach mal an. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Auflösung ist jetzt nicht so gut, aber viel Spaß. Tja, das war hier das Video, was hier drauf war. Es ist, ähm, fünf Jahre jetzt her. So hab ich mal angefangen. Man muss nicht immer das Beste haben, um anzufangen. Und, äh, das sieht man, glaub ich, auch in diesem Video. Ganz einfacher Trick, ganz einfache Kamera, einfache Digitalkamera. Die konnten nicht mal Ton aufnehmen. Ich glaub, es gibt ja noch Videos auf YouTube, äh, wo ich mit dieser Kamera gearbeitet hab. Schaut einfach nochmal rein hier in V4Magic hier in der Playlist, wenn ihr jetzt auf meinem Kanal seid. Wir sehen uns morgen zum 10. Dezember wieder. Und ich sage Tschüss und bis morgen. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.